Und Matthäus Kapitel 7 beginnt gleich mit einem Vers, den heutige Christen lieben. Aber sie lieben nicht den ganzen Vers, auch nicht die nachfolgenden Verse, sondern sie lieben nur den ersten Teil. Matthäus Kapitel 7, Vers 1, da heißt es nämlich, richtet nicht. Punkt. Oder Ausrufezeichen. Das, was heutige Christen machen. Richtet nicht. Und damit ist es für sie abgeschlossen. Und so oft sieht man das, wie Leute einfach sagen, ja wir sollen ja nicht richten. Oder wir lesen das online in irgendwelchen Kommentaren. Wie könnt ihr richten über den Bruder Johannes Hartl oder über den Bruder Olaf Latzel? Richtet nicht. Aber das ist nicht, was der Vers sagt. Matthäus Kapitel 7, Vers 1, schau was die Bibel sagt. Ihr habt das Kapitel schon gelesen. Schau was hier steht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Jesus sagt nicht einfach nur, richtet nicht. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Lass uns diesen Abschnitt im Kontext lesen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Also was Jesus im Grunde genommen sagt ist, pass auf, wie du richtest. Was für ein Gericht du aussprichst. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Also prüfe dich selbst. Wenn du über andere richtest, prüfe dich selbst, dass du kein Heuchler bist. Das ist, worum es hier im Grunde genommen geht. Kein Heuchler zu sein. Denn wir lesen dann weiter in Vers 3. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Und das ist eigentlich eine lustige Beschreibung. Ein lustiges Beispiel, das Jesus hier gibt. Das ist natürlich vollkommen unrealistisch, aber das ist eben der Punkt. Jesus treibt es auf die Spitze. Dass jemand eben diesen Balken in seinem Auge herumträgt. Und dann anderen sagt hier, halt, lass mich den Splitter aus dem Auge, aus deinem Auge ziehen. Während er diesen Balken in seinem Auge hat. Nun, das wird nicht funktionieren, logischerweise. Also wenn du ein Heuchler bist und mit dieser Sünde rumläufst in deinem Auge, mit diesem Balken in deinem Auge rumstolperst, dann kannst du schlecht den anderen, deinen Bruder, in derselben Sünde richten, die du selbst begehst. Sollen wir Heuchler sein? Nein, natürlich nicht. Aber sagt Jesus hier, richtet nicht, Punkt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Denn was sagt Jesus an anderer Stelle? Jesus sagt, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Also die Bibel sagt uns, dass wir ein Urteil fällen sollen. Sollen wir richten? Ja, wir werden tatsächlich dazu aufgefordert zu richten. Ich meine, die Bibel sagt auch, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und dann heißt es weiter so ungefähr nur zitiert, wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wir als Christen sollen richten. Wir sollen vor allem natürlich Gottes Gericht aussprechen, das wir schon in seinem Wort niedergeschrieben finden. Wir sollen aber eben nicht nach dem Augenschein richten, sondern ein gerechtes Urteil sprechen. Wir sollen keine Heuchler sein und wir sollen nicht andere danach beurteilen, wie sie uns scheinen. Wir kennen jemand anderes vielleicht noch gar nicht wirklich. Er sieht vielleicht nur komisch aus und haben schon gleich dieses Urteil im Kopf. Nun, das ist natürlich falsch. Wir sollen ein gerechtes Urteil sprechen. Die Bibel sagt nicht, richtet nicht, sondern richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also du willst nicht gerichtet werden, nun dann solltest du andere nicht richten. Wenn du diese Sünde hast, diese fette Sünde, die jeder sehen kann, dann solltest du deinen Bruder nicht in derselben Sünde richten. Das ist Heuchelei. Davor warnt uns Jesus hier. Das ist im Grunde genommen, worum es geht. Sei kein Heuchler, wenn du richtest. Aber sollen wir an und für sich richten? Ja, wir sollen richten. Und wir müssen sogar richten. Ansonsten könnten wir niemandem sagen, hey, so kommst du in den Himmel. Nicht durch deine guten Werke, dadurch wirst du leider zur Hölle fahren, sondern du musst an den Herrn Jesus Christus glauben. Siehst du, jedes Mal, wenn wir Seelengewinn gehen, sprechen wir im Grunde genommen ein Urteil aus, dass derjenige, mit dem wir das Evangelium verkündigen, nicht gerettet ist. Und natürlich machen wir das auf eine freundliche Art und Weise, nicht wahr? Aber wir sprechen ein Urteil aus und wir müssen dieses Urteil aussprechen, wenn wir unseren Nächsten wirklich lieben. Denn wenn wir unseren Nächsten lieben, dann wollen wir, dass er einsieht, dass er auf dem Weg zur Hölle ist. Und wir wollen ihm eben zeigen, wie er in den Himmel kommt, nicht wahr? Dazu müssen wir ein Urteil sprechen. Und Jesus sagt, wer an den Sohn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber dem Sohn Gottes nicht geglaubt hat, der ist schon gerichtet. Und sorry, ich habe das jetzt falsch zitiert, aber die Bibel sagt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und lass mich das am besten aufschlagen, bevor ich hier noch weitere stolper über diesen Vers. In Johannes Kapitel 3, da heißt es in Vers 18, Johannes Kapitel 3, Vers 18, Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Siehst du, der ist schon gerichtet, derjenige. Es ist nicht so, dass wir irgendwie was Neues aussprechen, ein neues Urteil, ein neues Gericht fällen. Derjenige, der nicht an Jesus Christus glaubt, der ist schon gerichtet. Und wir sprechen das einfach nur aus, was Gott schon gerichtet hat. Und es gibt diese Leute, die denken, dass es irgendwie hochmütig sei zu richten, dass wir uns dadurch aufblasen, wenn wir über andere richten. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall, besonders wenn es um unsere Brüder geht. Wenn wir unsere Brüder lieben, dann werden wir hier und da über sie richten müssen. Dann müssen wir ihnen hier und da sagen, du liegst falsch. Du befindest dich auf einem falschen Weg. Hey, das ist gefährlich. Wow, warte mal, du liegst einen Ehebruch. Hey, du musst davon umkehren, ansonsten wirst du rausgeworfen aus der Gemeinde. Beispiel. Wir müssen, wenn wir wirklich unseren Nächsten lieben, hier und da richten über sie. Ein Urteil aussprechen. Und das tatsächlich ziemlich demütig. Denn es ist viel einfacher, viel leichter, ganz einfach gar nichts zu sagen. Und so zu tun, als sei alles in Ordnung. Viel einfacher. Denn hier ist das Ding, wenn du jemanden richtest, ihm sagst, dass er falsch liegt, dann weißt du nicht, wie der andere reagiert. Das heißt, du riskierst damit möglicherweise die Beziehung zu einem anderen Menschen, nicht wahr? Aber es ist trotzdem die Wahrheit, die derjenige hören muss. Du willst denjenigen lieben, du willst ihm helfen. Und es liegt dann an ihm, ob er das Urteil annimmt oder nicht, nicht wahr? Also wir müssen richten, wenn wir unseren Nächsten wirklich lieben. Und das ist eine ziemlich demütige Sache. Denn wir wissen nicht, wie der andere reagiert. Hochmütig wäre es, nicht zu richten. Hochmütig wäre es, so zu tun, als sei alles in Ordnung. Obwohl überhaupt nicht alles in Ordnung ist. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Also was ist das Ziel? Sollten wir den Splitter aus dem Auge unseres Bruders ziehen? Ja, natürlich. Einen Splitter im Auge zu haben, ist verdammt schmerzhaft. Ich meine, möchtest du dann nicht deinem Bruder helfen? Möchtest du dann nicht ihm helfen, von dieser einen Sünde oder was auch immer umzukehren? Natürlich, aber dazu solltest du, dazu darfst du kein Heuchler sein. Ich meine, wenn du diesen Balken in deinem Auge hast, wie willst du dann den Splitter sehen? Du bist blind und die Bibel spricht davon, wenn jemand im Fleisch wandelt, dass die Finsternis seine Augen verblendet hat. Es wird nicht funktionieren, wenn du selbst im Fleisch bist. Wie kannst du dann jemandem helfen, im Geist zu wandeln? Wie kannst du dann den Splitter sehen?